Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded unser Spiel und ja, mal wieder haben wir vieles vor. Also ganz besonders, ich brauche meine Armbrust. Mit der Keule ist ja schön und gut, aber ich will diese Armbrust. Ähm, Marcel, hallo erstmal. Hallo alle. Na, wo ist denn eigentlich dein Gesichtsschutz? Wo hast du den gelassen? Den habe ich beiseitegelegt, weil mein Haar... Ja, nee, ist klar. Super, hervorragend. Yo. Jetzt doch nochmal gucken. Also nochmal, ein Fehlerteil fehlt mir. Ja. Ja, ein Fehlerteil fehlt mir, also ein Fehlerstück. Und nochmal schnell den Vergleich zum normalen Bogen, der Schaden macht. Na ja. Und jetzt die Armbrust, das sieht doch richtig genial aus. Bin ich voll dafür. Ja, ich würde sagen, ich schaue mir da hinten nochmal an, ob ich da eine Feder finde. Und lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's. So. Los, los, los. Hauptsache, ich werde hier nicht vom Keu erwischt. So. Mein Name. Bis jetzt sehe ich kein... Ja, ja. Aber ich sollte mir vielleicht ein Speer bauen, was meinst du? Damit ich hier auch mal so eine... Würde? Wir haben das 2 da. Haben wir 2? Okay. Du hast schon am Anfang angefangen, hast du da einen Speer gebaut? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die überhaupt in die Kiste gelegt habe. Also den. Also ich hatte nochmal einen gebaut und ich hatte meinen aber reingelegt gehabt. Okay. Den finde ich jetzt aber auch. Weil, nee. Kauquappen würde ich auch ganz lustig finden. Also eigentlich hier nicht, aber ganz gut finden da vielleicht auch mal eine... Ja, zum Analysieren eben halt. Mach du mal Speer wegworfen? Wissen. Wie bitte? Mein Speer ist hier nicht mehr drin in die Kiste. Ich hab dann auch nicht. Wie gesagt, ich weiß absolut nicht, ob ich mein Speer überhaupt da reingetan habe. Na, ich hab meinen aber reingeworfen hier. Okay. Du weißt ich. Aber ich hab ihn nicht. Ich guck mal. Ich guck doch mal im Inventar. Ja, das ist ein bisschen schwer. Zwei Stück. Nee, nicht mal ein. Guck selbst. Also nachher, später. Denn momentan kannst du das ja nicht sehen. So, haben wir hier eine Feder? Nein. Ich bin mal Community und ich sind uns einig. Du hast es versorbeutet. Ja, ja, genau. Immer schön auf mich schieben. Alles ist in Ordnung. Super. Finde ich gut. Ja, nee, aber eine Feder ist trotzdem nicht da. Ich bin hier hinten auch am Felsen, wie du ihn nennst. Die Randsteine, letztendlich. Ja, und auf der anderen Seite hat das auch geschaut. Ja, beim Vogel? Ja, ja, da hab ich auch geguckt. Jo. Und weißt du warum? Hm? Weißt du, warum du es findest? Ja, weil wir die letzten erst gefunden haben. Genau. Genau. Ja, das ist aber nicht so schön. Kennst du noch stellen, wo wir trotzdem noch welche finden können? Denn ich würde gerne meine Anbrust bauen. Also ich finde das gerade nicht so schön, sozusagen. Ach ja, ich hab trinken ganz vergessen. Haha, ich sollte nur schnell trinken. Nicht nur das. Ja, ja, und essen natürlich. Aber ist ja egal, ich muss da sowieso zurück in die Basis. Jetzt wegen Essen und Trinken. Lauf, lauf, lauf. Na, ich bin gleich losgehechtet. Eigentlich wollte ich durchstarten und dabei eben halt mal wieder vergessen zu trinken. Was ich jetzt da drin recht, dass ich hier in Ausdauer kaum was aufbaue. Oder zumindest dauert es ziemlich lange. So, schwupps. Und dahin. Denn wir haben noch den tollen Tropfenfänger und da müsste doch eigentlich was dran sein. Genauso wie wir auch hier Essen haben. Ja, alles vorbereitet. Ja. E-Gedrückte halten, verbrauchen. Super. Und einmal trinken. Lass uns aber wenig. Das war jetzt echt wenig. Du musstest ja zwei Tropfen dran haben. Ne, ich hab einen. Ja, nur einer. Ernst und der Tank ist auch noch da. Wie bitte? Der Tank ist auch noch da. Ich hab auch vor. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur ungern rausnehmen, weil letztens habe ich schon rausgenommen und inzwischen haben wir nicht mehr so viel drin. Aber noch gut, habe ich eine Trinkflasche, müsste ich doch auch was haben, oder? Ja, na klar, zweimal Wasser. Das heißt, wir unterwegs, kein Problem. Moment. Ich nehme das Essen mit. Nicht schon wieder vergessen. Genau. Einfach nur schnappen. Auch ganz witzig. Jay Gatsby hat entdeckt. Was echt jetzt? Hier wurde auch mal Zeit. Ja, 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 so manches habe ich eben halt noch nicht entdeckt. Wie du weißt, Leben am Limit. Ich habe ein bisschen anderes, ja, Vorgehensweise. Bist du es gut? Wie bitte? Bist du es gut? Ja. Ja, aber sonst hätte ich ja, also wie soll ich rauskriegen, wie man einen Marienkäfer in superleicht zerlegt? Weil mal berennst du da. Ah, ich folge dir, denn du weißt ja immerhin, wo die Feder sein könnte, wenn sie denn da ist. Und immer dran denken, wenn du nicht gerade auf Augenhöhe bist, dann sehe ich nicht genau, wo du bist. Ist dann immer ein bisschen schwierig. Du, das ist auf dem Geländer, man bist ein bisschen schwer. Ja, ich weiß, na klar. Aber den wenigsten kleinen Tipp gebe ich. Von wegen, steht ein bisschen höher oder so. Das wäre toll. Na gut. Warte, guck ich nicht in den Augenhöhe. Ich jetzt, ah, gut, okay. Bin jetzt ein Stück höher. Ja, ich jetzt bin ich ein bisschen höher. Nein, jetzt bist du. Nein. Ja, das ist Quatsch. Nein, nein, nur wenn er eben halt aus der Sichtweite ist. Juhu. Ich lass mal links liegen oder rechts. Ne, auf eine Lava habe ich gerade keine Lust. Los, los, los. Was ist jetzt davon auf dem Rückweg? Wenn ich sowieso die Armbrust bauen will, dass wir gleich noch ein bisschen Gras mitnehmen. Wir machen. Weil wenn wir den Weg schon machen, warum dann... Ja, warum sollte es umsonst sein, ne? Würde ich sagen. Macht ja Sinn. Ein bisschen Ton. Ich nehme Ton mit. Ja. Was ist denn hier? Guck mal. Ich habe was gefunden. Warte, warte, warte. Ich gucke gleich. Erstmal noch den Ton hier einen Sacken. Den brauchen wir bestimmt auch. Jo, komm, alles einsam, wenn ihr... Möglichst nichts vergessen. Ja, sieht gut aus. So, jetzt muss ich auch mal gucken, wo du wieder bist. Da. Ja. Da ist ein Höhchen. Eine Höhle. Ja. Ich komme gar nicht runter. Ja, erstmal hoch. Ah, ja, ja, ja. Und dann holen wir es. Und gehen mit Uhren da. Warte, warte. Ah. Ich muss erst noch mal hoch. Ein bisschen Luft schnappen. Nein, ich bin immer noch nicht oben hoch. Jetzt. Okay. So, Keule bringt mir eh nichts. Hauen unter Wasser ist nicht. Wo ist die Höhle doch jetzt da? Okay. Willkommen. Aber hier ist ganz schön finster. Ist ja schon klar. Immer das Lichtfolgen. Immer dem Lichtfolgen. Gut, gut. 20 Sekunden habe ich noch. Sagst du, schaffst du, bis gleich da. 15. Ah. Ich sehe noch mehr Licht. Gehe nicht ins Licht. Hahaha. Doch, doch. Alles schön. Wieso habe ich eigentlich immer noch so? Und ja. Gut. So, jetzt müsstest du was bekommen haben. Was habe ich denn bekommen? Was? Was habe ich denn bekommen? Eine Mutation? Nee, echt jetzt. Ist mir nicht aufgefallen. Sorry. Bin ja froh drum, dass ich nicht draufgegangen bin. So, Status. Ich habe eine Mutation bekommen. Jep. Und die wäre? Gute Gras. Ein Zeichen der Hoffnung in der Düsternis entdeckt zu haben. Ah, guck die Gras. Ja. Ein Zeichen der Hoffnung in der Düster. Hast du aber gerade vorgelesen. Das mache ich nicht normal. Ist ja Quatsch. Gut. Aber ich glaube, die brauche ich gerade nicht, oder? Nö. Denke nicht. Sieht schick aus hier irgendwie. Ja, du machst es halt mir eine Scham und so, ne? Wie bitte? Ich jetzt? Ja. Muss ich den Text nochmal durchlesen. Du hast eben vorgelesen. Ah ja. Im ersten Tag. Ja. Und. Nochmal Stärke? Und nicht schlecht. Soll ich das mal aktivieren? Kann ich gar nicht. Weil du sie erst erst hast. Du musst ja reagieren. Ich sehe schon. Den auf keinen Fall, dann nehme ich mal den da. Einfach mal aktivieren. Und für alle, die zugucken, nein, das Kleeblatt kann man nicht abschlagen. Äh. Ja, wird auch nicht angezeigt. Ganz genau. Gut. Denn wieder rein. Ja. Auf geht's. Schwimm. Schneller. Was wollte ich denn da grünes? Ah. Jetzt. Ja, das war ein Scab. Ja. Perflex. Jetzt muss ich mich beeilen, dich zu finden. Ja, 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 ja. Jetzt muss es aber echt schnell gehen. 10, 9. Ja, schaffe ich. Das klappt. Wunderbar. Gut. Na, ab und zu müssen wir auch mal was klappen, ne? So. Okay. Warte mal. Da bist du. oder nicht ja wo ist das ein fehler so auf jeden fall hier hinten sind wir jetzt so gut auch eine coole idee ja ich sehe da oben da oben links bei mir la bris dose ok schön mein guter piet jetzt in der mitte oben ich höre doch schon wieder aber nicht hinter mir her nein 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 diesmal nicht ja eigentlich können wir auch noch ein paar bären mitnehmen wie gesagt wenn wir schon mal da sind warum nicht könnten wir mal gucken wo die feder liegt nein super ich springe auf der wurzel da ist auf dem boden ja eine stechmücke man kommt hoch da ich höre jetzt gerade nur im surround ok ich würde mich doch hier nicht angreifen also ich bin unter wasser eigentlich dürfte ja nicht aber jetzt hat sie mich gerade hier am giga wie die greift sich an das gibt es doch gar nicht kann ich da sein ja irgendwie verfolgt sie mich jetzt wieder hat mich jetzt recht erwischt naja ich mit meinen winzigen fallen hier mal gucken ja was die flottert ja immer noch obwohl sie tot ist also eben gerade bei mir ok und da ist auch über die feder aber ja sehr schön momentan nehme ich doch gleich mal die aus ich habe das abgeschossen bis das geht ja und ein federteil gut moment da fällt mir doch was ein naja ich habe nichts dabei verflixt natürlich das ding gleich hier gebaut also die armen brust oder gut was sonst ähnlich war du brauchst ja naja ich habe ja die hätte ich mir jetzt er gebaut hier auch schneller und dann hinterher wieder abgerissen also mitgenommen schön einsammeln so der vogel ist wieder weg guck mal kurz ob wir ja noch eine große liegen haben das wäre cool mal so ein bisschen vorschuss so zu sagen ja du kannst du noch die mütze bauen die gibt ja so ah ja genau ja wie kann ich ja nicht zusätzlich aussetzen oder ja dann ist es ja auch nicht was ja es wohl schon die distanz machst ja dann schon klar ja dann ist natürlich schaden besser ja ja doch schießt du zwei runter ich würde sagen zwei reicht erstmal hin hauptsache dass wir welche haben und die zweite so die insekten hax wieder ausbeute drei wie viel war uns bei dir ich habe sieben also auch einmal drei ok 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 und los zurück 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 schneller ja ansonsten würde ich sagen demnächst sollten wir auf jeden fall anfangen mit der base dass man die ein bisschen ausbauen ja kommst noch die idee ja man könnte das ja mal machen ich habe ja leider leider kann man nicht sagen aber ich habe ja bis jetzt noch gar nichts gebaut in der hinsicht außer eben halt alles was nützlich ist also das was man tatsächlich braucht wenn wir noch eine zweite ameisenrüstung hätten ja dann könnte man wenigstens mehr tragen richtig genau kann ich das jetzt sehr cool ja aber das ist ja eigentlich auch nur klee wieso klee ja das war eigentlich so ein blümchen irgendwie aber ist doch nur klee naja und warum wieso auch immer ich habe jetzt irgendwas am hacken ich muss laufen laufen was er laufe und irgendwas hinter mir ist ich habe keine ahnung was ja du kannst hier ist also auf jeden fall weg mich verfolgt es nicht mehr also ich bin schon mal beim gras hacken und schon wieder ach du schon wieder moment und gold raus kommt schon ich mach dich fertig ja gibt es doch nicht und auch noch ein bisschen okay mehr wie fünf kann ich ja jetzt eh nicht tragen so und den ort wenn wir nie wieder finden doch ich denke schon habe ich jetzt aber ich nehme an irgendwann ist das gras wieder normal beziehungsweise liegt da nicht mehr rum aber naja gut was soll's naja da könnten wir jetzt hier den rasen könnten wir ja und da ob man zu natürlich und älter ein nein aber die lange für also eine lange für ich habe durch die durch die wand habe ich die lange nicht rechtzeitig gesehen aber ich habe jetzt auch keine lust auf laufen ich glaube einfach wenn taxi schon mal hier ist vorwärts marsch lauf kleine marienkäfer und was geht so bei dir würde und was geht so bei dir auch nur diese schlepperei weißt du also auch kann ich noch ein toll fertig endlich habe ich meine krähen am brust also noch nicht aber gleich gut falsch und ablegen das zeug danke fürs mitnehmen so habe ich ja alles klar gleich erstmal herstellen und ausrüsten ok hat ins inventar und sollte es auch noch einlegen da wo ist jetzt die armenbrust ja ja noch was den bogen weg genau weil habe ich nur noch nicht mehr allzu viel gerade noch 23 aber ich denke mal das kommt ja jetzt hin weil ich mache jetzt mehr schade ja ich habe noch ein tropfen ja sehr gut nicht dass es hinterher heißt ja ich habe wieder nicht getrunken so und essen hatte ich ja auch dann kann nein essen wo war's bärenbrocken ja nie da da ist es doch na space verbrauchen gut habe ich wenn ich kurz auf die zeit guckt ja was hältst du von wenn wir ganz kurz noch an die spinne rangehen ja aber unbedingt ich werde zeigen dass das ding schaden macht also ja genau so zeigst du das ja ich zeig allerdings auch wie man es am besten mal wieder nicht macht ja du meinst die spinne wo du sagtest die sitzt mehr oder minder unter einem blatt und so weiter und in der falle bei dir in der eiche denke ich mal die werden wir jetzt sowohl nicht noch einmal sehen also nicht schon jetzt die schon wieder nicht da echt jetzt ja gut okay dann gucken wir trotzdem mal in der eiche nach weiter sind ja auch öfters mal zwei vielleicht ist da jetzt ja wieder eine oder ist die buchart spazieren aber am tag sind sie doch meistens an pennen hier und er ist wieder schon düster also ist der matt ja schon okay moment hier wird die feitsch da da muss ich doch hoch ja besser ja hier ist eine juhu richtig auf geht's ab in unser versteck müsste dann träge ich sie gleich nein 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 macht das erst wenn du hier bist ist besser so gleich mal perspektive gewechselt nein die hatte ich erwischt ja bin gleich tot ja das war kommt sie kommt sie einmal bitte wieder leben ja moment da ich bin dabei bin dabei bin dabei allerdings die hier ist nicht so folgsam die haut immer wieder ab das läuft ja auch nicht schlecht also ok also es weiter und kannst du ruhig auch stehen bleiben gar kein problem ja jetzt hat sie nicht erwischt nein ok ok einmal bitte aufheben naja jetzt liegt sie auch wieder pennen naja nicht gut ganz schnell wieder anhauen ganz schnell wieder anhauen naja jetzt wird die haut schon wieder ab naja jetzt wird los jetzt naja naja ja super ein moment ach ja ich meine so alt bisher noch nicht moment schnell die ansicht wechseln da hinten die drückt die ganze idee und es klappt nicht so richtig habe ich gleich super naja so ein bisschen schaden haben wir genommen aber ich sag mal so besser wie ganz drauf gehen ich war auch nicht ganz gut also letztes mal ist echt viel viel besser gelaufen gucken habe ich in der tasche irgendwas hat man mit zum analysieren schade aber ich lasse mal dieses komische pilzbrocken zeug hier brauche ich aber auch nicht weg 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 ja wohl nicht weg was wir suchen damit ach so stimmt ja da sind ja gebäudeteile wo man das zeug für braucht ja ja ganz vergessen so und es wird nach ja so der kleine hinweis darauf ja 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 der kleine hinweis also wenn es euch gefallen hat ich hoffe doch sehr nimmt dann noch ein abo mit einen kleinen daumen hoch wäre super wenn es euch gefallen hat natürlich nur das war immer wieder nichts und ein paar kommentare werden auch schön würde ich mich auch darüber freuen also bis demnächst ciao tschüss